Servus und herzlich willkommen zu meinem Video von mir. Ihr wollt meine ganzen Schabracken sehen. Ich habe ja schon einige Videos dazu gemacht, aber eventuell sind wieder welche dazu gekommen. Und als erstes zeige ich euch die Schabracken, die in der Sattelkammer sind. Und jetzt zeige ich euch die, die da heran in dem Raum sind, wo ich sie eigentlich alle lager, wenn ich sie gerade nicht brauche oder waschen kann oder waschen kann. Und in der Sattelkammer habe ich auch nur die Schabracken drin, die wo ich aktuell hernehme. Genau. Und dann zeige ich die eigentlich mal alle. Und ich hoffe, es freut euch. So. Zu den Schabracken, die ich hier in der Sattelkammer habe, die zeige ich euch jetzt, weil ich die nicht extra rüber trage für das Video. Genau. Die zeige ich euch auch noch drauf. Dann drehen wir mal um. Da ist Perla-Sattel. Da habe ich einfach so eine weiße Schabracken drauf. Da habe ich so einen Smiley drauf gemacht. Die ist in VS und vom Krämer. Die hat da dieses Emblem des SH von Showmaster. Und auf der Seite hat sie den Smiley. Und auf der Seite steht was. Wenn es scharf steht. Jetzt Smile Every Day. Genau. Und hat auch da nochmal dieses Emblem. Dann haben wir hier unter das Bolle-Sattel da. Da habe ich diese orange Schabracken von Frau Horst. Das ist gar nicht. Wie war ist die? Der habe ich schon relativ lang. Die hat diese Kordel da. So einen orange, grün, weiß und den grünen Rand. Dann muss ich kurz überlegen. Genau. Dann habe ich da meine andere Schabracken und da mein Pad. Die ist einfach schwarz. Mit sonder selber in einem Wiese. Und die ist von Mülsdorf. Das ist eine ganz einfache. Und dann liegt auch da schon die andere Schabracken, die ich da noch habe. Die ist im VS, wie man unschwer erkennen kann. Und die ist so flauschig. Und ja. Und ein grün. Genau. Dann habe ich hier noch eine andere. Die ist bei Sion in einem Schrank drin. Und die hänge ich jetzt einmal schnell raus. Die passt nämlich nicht so gut unsere Bolle-Sattel. Die ist einfach bei Bolle zu groß. Deswegen hat sie es hier und was sie da einfach besser sieht was. Das ist die in Chikis-Münzo von Horst. Und die habe ich seit 2015. Und das war die allererste, die ich für Bolle gekauft habe. Genau. Und unten drunter hat sie so ein Vlies. Ja. Dann haben wir mit der ersten Schamai-O. Das ist diese hier. Die hat so einen braunen Ton. Ich hoffe, ihr kennt die Farben gescheit zeigen. Genau. Die hat da so einen dunkelblauen Rand. Und weiß und so türkis-Münz. Ähm. Ist von Eskatron. Aus der Classic Sport. Ich habe mir die mal auf der Equitana vor einigen Jahren gekauft. Ähm. Genau. Und verziert habe ich sie dann da herunten. Und mit so Sternchen auf der Seite. Und auf der ist Einhorn und Regenbogen drauf. Einfach an die in Lila. Die ist vom Flüster. Und hat so eine silberne Wiese. Und ist in Tresor. Die habe ich von meinem Bruder zu Weihnachten gekauft. Die ist von Felix Bühler. Und hat da so einen Inkswurm. So ein Metallteil. So ein Schügel. Und hat da herum gekriegt. Und von der Kordel her ist sie weiß in Silber. Silber. Genau. Und die hat so einen glatten Stoff. Ähm. Und ich fände die richtig, richtig schön. Die Decke. Ja. Die ist von meiner Mama. Eher im ersten Pferd. Und ich nehme sie auch mal wieder her. So zum Relongieren oder so um das Sattel reiten. Dann habe ich mir neue Silber Onygnat. Ähm. Die ist schwarz und hat so weißen, weiße Netze oder was es ist. Genau. Und die ist in allen Tresor. Bis jetzt sind eigentlich alle in Tresor. Eine in Beige. Mit blauem Rand und so einer hellblauen Wiese. Und die ist hier mit Klitzersteinchen. Und auf der anderen Seite eine andere Klitzersteinchen. Die ist von Karakade. Ist sehr bunt. Die ist aber weich. Und die hat aber eher eine Vielseitigkeit. Ein bisschen. So einer dunkelroten. Die ist in Vielseitigkeit. Die ist von Showmaster. Und hat da einen weißen Rand. Und eine Beige. Äh. Beige. Warum ist das Beige? Eine dunkelblaue Kordel. Ja. Wie dreckig ist sie. Und die ist ein bisschen zu klein geraten. Die habe ich schön gekriegt. Die ist von Harry's Horse. Und schaut eben auf der Seite so aus. Und auf der Seite ganz grau. Und ich habe das so hässlich gefunden. Und dann habe ich ein B drauf gemacht. Und inzwischen gingen diese ganzen Glitzersteine. Und hier ein. Schon runter. Eine schwarzische Bracke. Die ist da schon ausblichen. Schaut das in braun aus. Die ist vom Crema. Auch von Showmaster. Und da habe ich auf beiden Seiten. Das hier drauf gemacht. Und ja. In so einem türkis. Grau. Und das habe ich mir damals. Ähm. 2020 auf. Der Boden. Der Bodenzellkraft. Und die ist vom Mustang. Diese hier. Die ist ein so einem türkis. mit Team Spirit. Das ist übrigens flauschig. Und hat dann nur diesen lila blauen Rand. Und die ist von Waldhausen. Genau. Nur mal eine in lila. Die ist andere so. Und die ist vom Crema. Und hat auf beiden Seiten da so mit Glitzer. Also da so ein Rand. Und da. Eine noch in braun. Die ist allerdings einfach ist. Und. Die habe ich von Mama. Und die hat da. Ähm. Nur so eine Kordel. In weiß. Oh. Genau. So. Dann habe ich da. Ich hoffe. Die gerechte ich dir ganz auf. Das will. So eine barock Schapacke. Ja. Ich finde die so schön. Die ist so einen ganz dunklen Bau. Und die ist so samtig. Und hat da so eine schöne Borte. Ähm. Ja. Die ist von Mustang. Die ist eine ausgewaschene blaue Schapacke. In VS. Schnitt. Ähm. Ja. Ja. Keine Marke. Oder so. Die hat auf jeden Fall auf der Seite. Habe ich mal so ein Herz. Das hat immer mehr Steine gehabt. Auf der anderen Seite war das A. Äh. Aber da ist inzwischen eine Eule. Eine schwarze. Die hatte zwischenzeitlich immer mal wieder Bolle. Und jetzt wieder Sion. Und jetzt hat sie anscheinend wieder Bolle gekriegt. Weil die bei Sion ständig am Rutschen ist. Die ist Auenbrosur. Und. Hat da so einen schwarz-goldenen Rand. Kann man ja vermisst sagen. Die hat ähm. Übrigens auch in diesem Barock-Schnitt. Nur die hat. Hier so einen grauen Rand. Und das ist auch lieber. Nämlich pink. Äh. Ja. Von Showmaster. Und. Ähm. Ja. Wie gesagt. Sie ist pink. Und ich. Und dunkelblaue Schapacke. Ähm. Die hat da dieses. Logo da drauf. Und der Rand ist silberbeige. So. Genau. Von Vs. Das ist nicht meine. Die kennt meinem Bruder. Aber er hat sie für Bolle Kraft. Genau. Ich zeig's euch trotzdem. Weil es ist trotzdem Bolle Schapacke. So. Nein ist sie. Also. Sie ist nah bei mir. Aber sie ist schon ein ältes Modell. Die ist grau. Ist in Dressur. Und. Ähm. Hat das so Moos-Gummi. Und die hab ich heute schon gekriegt. Genau. Ist auch eine selber gemachte. Die ist in VS-Form. Und der Staff der ist so. Lila. Dunkelrot. Oder braun. Oder so. Keine Ahnung. Und. Ähm. Das war mal eine Schleife. Mit einem Glitzerstein irgendwie in der Mitte. Aber das hat sich einfach beim Waschen immer mehr verzogen. So. Habe ich hier so eine grüne Schapacke. Ist eher schon ausgeraschen. Ähm. Mit gelbem Rand. Und so einem gelb-grün geflochtenen Kordel-Dings. Und die ist von Equiline. Und die hab ich auch mit Geschenken gekriegt. So eine dunkelblaue. Die ich einfach schieb fand. In VS. Und die hat ähm so dunkelblau-silberne Kordel. Und auf der Seite. Sanklitzersteine. Und die ist von Kiefer. Und die hab ich ähm mit meiner Tarteldecke. Genau. Die ist einfach so ein beige. Beigebraun. Ähm. Und die Kordeln zusammen hellblau. Und silber oder so. Und die ist von Eurostar. Ich finde die eigentlich schön. Die ist türkis. Mit einem hellgrauen Rand. Und die hat so Blümchen drauf. Und die ist ein VS. Und ebenfalls von Muster. So ein dickes fettes Fettgedöns. Ähm. Und so ein türkis. Hat eine silberne und eine weiße Kordel. Und auf beiden Seiten diese Winterlandschaft. Ähm. Ja. Die ist von Showmaster. Und die ist richtig richtig dick. Ähm. Ja. Die ist so olivgrün. Und ich finde die richtig schön. Die hat da auch so einen Plattenstoff. Ähm. Die ist in VS. Die hat da einen grauen Rand. Da ist so eine Verzierung. Und da herum ist so ein Magnet. Und den kannst du aufmachen. Und dann hast du ein Handy weiter. Genau. Und die ist von Felix Bühler. Blau-weiße. Die habe ich auch selber genaht. Äh. Die hat nur einen schwarzen Rand. Und der Stoff ist eben blau. Und hat so weiße Punkte. Die ist da eine im braun. Ähm. Da steht nirgends wo eine Marke drauf. Das ist eine VS Schabracke. Die ist so konterbunt. Die ist von Escatron. Und ich habe jetzt die VS Schabracke. Ich würde unbedingt an den Gelb ran. Das habe ich mir auch an den Gelb gekauft. Und die hat so einen grauen Rand. Und auch so eine graue Kordel. Das ist so ein grau-braun oder sowas. Und da habe ich dann in der gleichen Farbe eine Bolle stecken lassen. Und in der Kamera schaut sie sehr sehr blass aus. Aber sie ist eigentlich ja nicht blass. Ich weiß auch nicht an was das liegt. Keine Ahnung. Ähm. Und die ist von VR-Flohmarkt. Eine VS Schabracke gekauft. Weil ich würde mir unbedingt auf einem Flohmarkt eine Schabracke kaufen. Ähm. Ja. Und die hat eben einen goldenen Rand. Und das war auch eine der günstiger. Und die ist von Isabel Wert. Und die ist von Delphin Blau Wurm. Die schaut so aus. Und die hat so ein Glitzer drin. Und da ist die Kordel eben in diesem Silber Weiß oder so. MvS. Und ja. Hat so einen Kordstoff oder so. Und ich habe die bisher noch nie auf dem Pferd gehabt. Äh. Ja. Aber ich finde die eigentlich echt schick. wieder zu einer Schabracke. Die ist rot. Und hat so Blümchen zeigt drauf. Jetzt schau ich sie einfach näher. Die habe ich selber genaht. Und das war meine allererste die ich selber genaht habe. Und die ich selber gemacht habe. Die hat aber schon einen anderen Stopp. So. Ja. So einen braun-orange mit so einem goldenen Blätter gedünst drauf. Und so einen schwarzen Rand. Und die ist in so einen grünen Ton. Und hat ähm einen braunen Rand und blauen Rand. Eine silberne Kordel und eine blaue Kordel. Und auf der Seite ähm habe ich nur Bollensilber einigstück gelassen. Und die ist von USG. Das ist dieses Filzpad in rot-gelb. Was ich noch nie drauf gehabt habe. Und eigentlich alle meine Schabracken. Gott ähm es waren auch welche von Sian dabei. Und äh ne von meinem Bruder. Äh ja. Es ist ein bisschen zu full. Auf jeden Fall. Aber ich kann mich vom Quang trennen. Und ich habe äh die ein oder andere glaube ich vergessen. Die zeige ich euch jetzt nicht. Ich habe nämlich drei Sachen vergessen. Genau. Einmal die Satteldecke. In so einem schönen dunkelrot. Bei euch in der Kamera schaut das eher hellrot aus. Die ist von Charlotte. Ähm. Ähm. Dann noch meine Satteldecke in grün. Und zu guter Letzt. Nochmal eine in lila. Die ist in VS und von Cavalcade. Genau. Also wenn man mal kaum Back auf Schabracken hat. Dann äh. Macht man es klassisch auf Satteldecken. Genau. Also die lelane konnte ich unter Perla Satteldecke. Und die grüne unter den von Bolle. Ja. Das waren jetzt tatsächlich alle meine Schabracken. Wie gesagt. Es waren einfach zu viel. Ähm. Den Großteil habe ich aber auch geschehen gekriegt. Oder es war Mama. Ja. Oder ich habe auch welche selber gemacht. Ähm. Ja. Ich weiß. Äh. So viel braucht man nicht vor. Hätte man nur gesagt. Ja. Für Opfer braucht man nicht so viel. Jetzt habe ich aber zwei. Und ich mache auch manchmal welche auf Sion drauf. Wie zum Beispiel die Pinke. Die hat jetzt auch gerade letztens das Sion tragen. Genau. Jo. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Und wen vielleicht langweilig war. Oder der sich das nun mal ausschaut. Wenn ihr Bock habt. Ihr kennt es ja mal mitzählen. Wie viele Schabracken das sind. Ähm. Ja. Ich glaube es sind viel zu viele. Ich glaube es sind über 20 Stück. Ähm. Ja. Andere sammeln Schuhe. Ich sammle Schabracken. Unhalfter. Genau. Wie gesagt. Wenn euch das Video gefallen habe, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Ähm. Ja. Und wenn ihr keine Videos mehr von mir verpassen möchtet. Von Bolle und Perla. Dann. Und eventuell von Sion. Dann abonniert den Kanal. Und macht die Glocke aktiv. Und hinterlasst mir super gerne einen Kommentar. Dann sehen wir uns in Ohren der nächsten Videos wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.